Heyho Leute, willkommen zu einer neuen Survival Games Runde auf dem sehr cool Server. So, hier befinden wir uns schon auf Arena 16 und zwar ist das denke ich mal eine euch bekannte Map und zwar die Asia Games Map. Meine Hunger Games Map, der Trailer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut mal unter meinen Videos. Er ist auf jeden Fall ziemlich gut geworden, aber ich denke mal fast jeder hat den schon gesehen von meinen Abonnenten. Und ja, dieses Mal rennen wir hier hoch und dann darüber zum Tempel mal schauen, ob wir das schaffen, weil ich glaube das haben noch nicht wirklich so viele jetzt gemacht. Und ja, zu spielen ist die Map auf dem sehrcool.de Server IPs in der Beschreibung, für die, die es nicht wissen. Und ja, ich würde euch natürlich sehr auf dem Server als neuen Spieler begrüßen. Und ja, ich möchte mich auf jeden Fall noch bei 2BandTV bedanken, der hier unsere Webseite codet, dann Admin hier auf dem Server ist und wirklich alles hier für den Server tut. Finde ich hammergeil und ja, schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei. Und ja, er ist auf jeden Fall total cool und macht hier alles. Finde ich wirklich nett von ihm. So, dann warten wir nur noch bis die Runde hier startet und dann möchte ich noch was ansprechen. Und zwar werde ich den Chat hier, den ihr jetzt so eigentlich am besten sehen könnt, den werde ich nicht lesen, während ich Hunger Games spiele. Ich, das ist, ähm, ja, ich werde diesen, äh, Dingens, diesen, diesen, oh, jetzt bringt man mich raus hier. Ich werde den Text, äh, den Text, boah, den Chat nicht verfolgen, weil das mich nur rausbringt. Und wenn ich hier auf dem Server bin, dann stellen mir die meisten irgendwelche Fragen, ähm, zum Beispiel, ja, halt irgendwelche privaten Fragen oder andere Fragen. Und das ist eigentlich ziemlich blöde, äh, blöde, hier auf dem Server, weil ich das hier schlecht beantworten kann, weil hier so viel im Chat durchkommt und so weiter. Deswegen stellt mir die ganzen Fragen doch bitte auf AskFM, der Link dazu ist ja auch in der Beschreibung. Aber da schaut ja so gut wie fast nie einer rein. Naja, jetzt warten wir mal, bis es losgeht. Oder wie viele Spieler sind wir eigentlich, ähm, 17. Dann, dann mache ich einfach SlashSG Start, das reicht auch schon. Jetzt sind wir 18, passt schon. So. Gut. Wir rennen in die Mitte und dann gleich nach links. Und dann schauen wir mal. Naja, das war schlecht, aber egal. Okay. Okay, wir haben, äh, gut was zu essen bekommen und so weiter. Und dann, der weiß die Kisten schon, so ein Spasti, ey, der hat meine Map auswendig gelernt, äh. Nein. Okay. Gut. Wir rennen dann einfach mal hier hin. Und schwimmen hier. Ähm, wie werde ich denn jetzt die Kisten abklappern? Muss ich jetzt gerade mal so schauen. Ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal da rüber. Schau doch mal, wie es läuft. So, aber erstmal das hier anziehen. Und dann Kisten abklappern. Mal schauen, wie es so geht. Oh, Mann. Oh, Mann. Nö, 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 nö. Geht weg. Wir laufen ihm jetzt alle hinterher. Ja, wenn er mich direkt tötet, dann, dann habe ich da richtig Bock drauf. Da macht, das macht auch dann so sehr viel Spaß, Survival Games aufzunehmen, wenn man direkt getötet wird. Macht natürlich sehr viel Spaß. Ich renne einfach, weil der ist eh hinter mir her. Dann könnt ihr euch dann bei dem bedanken oder wie auch immer. Äh. Ja, unser Moderator sollte sich nur eventuell vanischen, aber macht ja nichts. So, mich stört's nicht. Ja, du willst mich töten oder was? Nee, hä? Nein, ah! Auch ein Moderator. Nein, geh weg! Ich hab nur... Ich hab zwei Sticks! So. Dann... Äh... Schauen wir einfach mal... Schnell! Okay, wir haben ein Holzschwert. Okay, wir haben ein Holzschwert. Wir haben ein Holzschwert. Perfekt. Perfekt. Da haben wir ein Holzschwert. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir halt nur nochmal hier hoch. Alter. Ironsort hat einer. Ja, da kann ich gewinnen. Aua. Da kann ich total gut gewinnen. Obwohl, man könnte es sogar irgendwie schaffen. Wenn der jetzt keine gute Rüstung oder so hat. Aber das glaube ich eher weniger. Äh. Ach, dann gehen wir einfach mal noch hier rein. Falls da noch keiner war. So. Nope, war auch noch keiner. So, da haben wir einen Helm. Sollten wir nur nicht in die Lava klatschen. Nee, ihr Hosen. Oder ich sollte halt hier hochkommen, ne? Ja. Ich, 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 ich schenke dem hier. Da, hier, hier. So, da. Tschüss. Wir, wir lassen uns einfach in Frieden. Ich brauche auch kein Schwert. Aber dankeschön. Nimm, wir schützen dich. Hahaha. Okay. Jetzt schaue ich doch mal in den Chat. Ein bisschen. So, jetzt müssen wir nur hier hoch. Ich habe die selb... Map. Ich sage es euch, Leute. Ich habe die Map selbst noch eigentlich nie wirklich gespielt. Es ist meine eigene Map, aber ich habe sie nie wirklich gespielt. Es ist witzig, aber es ist einfach so. Es ist, ähm, ich kam dazu auch nie wirklich. So. Äh, hier. Oh. 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 Okay, da haben wir ja schon mal ganz gute Sachen hier. Äh, ja, da haben wir gute Sachen. Da gehen wir weiter hoch. Weiter hoch. Ja, da sind aber auch schon ein paar. Und wenn, dann kicken wir da einfach runter. Oh, ne. Ne, das ist ja, okay. Ich dachte schon. Wow. Okay. So. Das wird jetzt knifflig. So. Hier lang. Eine Insel geschafft. So. Scheiße, Dreck hier. So. Ich muss sagen, ich bin hier zum ersten Mal wirklich in einer richtigen Hangar Games Runde. Also. Boah, ich dachte gerade, ich hab's nicht geschafft. Uah. Puh. So. Dann. Da hoch, da hoch, da hoch. Einfach schwimmen, schwimmen. So. Und dann da. Und da hören wir eventuell schon Lava. So. Einfach nach oben. Und dann ist hier Lava. Ich will ja auch durch meine Folgen euch die Map ein bisschen sozusagen zeigen. Dass ihr, äh, weil ihr ja nicht wisst, wo jetzt die ganzen Sachen sind und so. Deswegen will ich euch dadurch ein bisschen die Map zeigen. Ah, schlecht. Schade. Wir brennen. Das ist doof. Ja, klar. Ist klar, dass es nicht gut ist. So. Uah. Ah. Neun. Neun. Au. 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 Autsch. Scheiße. Nochmal? Ach, nochmal. Das ist ja. Oh, ja, ne? Das ist schwer. Es ist schon schwer. Ach so, scheiße. Man kann auch die Lianen abbauen. Boah, bin ich dumm. Boah, bin ich doof. Ne, wenn ich jetzt verkacke, ne? Dann, dann, dann hau ich mich selbst. So. Nochmal. Ah. Dreck. Dreck, Dreck, Drecke, die Dreck. So, auf jeden Fall sieht die Map mit Shader so geil aus. Oh, ja. Alles sieht mit Shader geil aus. Da könntest du mir nichts erzählen. Und wenn ihr mir sagt, ne, macht doch Shader aus, äh, äh, dann sag ich, nö. Sag ich ganz einfach, nö. Weil der Shader geil aussieht. Das brennen wir schon wieder, aber macht ja nichts. Es geht ja einigermaßen schnell rum, das Brennen. Ja, eben. Wie schon gesagt. So. Hör auf, hör auf an den Lianen zu sein. Piss dich. So. Nur noch das hier. So, noch einen Jump'n'Run haben wir vor uns. Und dann sind wir da. Yes. Da haben wir es gepackt. Boah, sieht das gut aus. Ja, da, 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 da. Da ist doch was hier. So. Ah, okay. Nicht so gute Sachen jetzt. So, jetzt muss ich nur schauen, wo die andere Kiste jetzt war. Welche Seite das war. Ich glaube aber hier. Ja, das stimmt. Ja, nicht so weit runter. Ich habe Angst davor. Die ganze Schwerter mal wegpacken. Das Essen zusammen. So. Ist es nicht der, der, der will mir doch helfen. Ja, ja. Ja, ja. Wir sind friedlich. Äh. Äh, was soll das? Äh. So, und jetzt hier, ne. Das wird jetzt kacke. Das wird so kacke. Okay, die Wolken sind schon ein bisschen hell. Da gebe ich, da gebe ich recht. Aber das kann man bei dem geilen Shader in Kauf nehmen, finde ich. So. Wenn man hier lang springt, wird man natürlich auch ganz arg belohnt. So, mit solchen Sachen hier. So, und so. Das ist dann noch gleich später noch eine Kiste. Man wird natürlich belohnt. Das ist natürlich klaro. Ja, hat er nochmal nach hinten geguckt hier, dass ich auch ja nicht runtergefallen bin. Ja, ich traue es mir zu. Was war drin? Was war drin? Achso, okay. Dankeschön. Dankeschön. So. Ach ja, wir haben schon eine nette... Servateam! Servateam! Aaaaaaah! Bam! Okay, ich bin unten. Scheiße. Ja, dann... Fuck! Nein, mein Schrei war nicht scheiße. Boah, kacke. Warum rennt der nicht? Ja, es gibt auch noch einen anderen Weg nach oben. Dann gehen wir einfach jetzt mal da lang. Ah, fuu! Ach, ja. Scheiße. Okay, das kann aber passieren. Immerhin... Immerhin sind wir da runtergefallen, äh... Wo... Ja. Sozusagen noch Wasser ist. Sonst wäre mein Mause, Mause tot gewesen. Und da habe ich richtig Glück gehabt jetzt. Uh, scheiße, hey. Kacke, kacke. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, aber... Naja. Gut, dann gehen wir hier lang. Da lang! Blöd. Blöd, blöd! So. Ist jemand hinter uns? Nein. Boah, scheiße. Aber es ist... Es ist anspruchsvoll. Das muss man lassen. Aber er... Ja, mein Character ist noch nicht gerannt. Ich glaube, hier in dem Haus waren die alle schon. Äh, ich versuch's erst gar nicht. So. So. Sollen wir den Jump'n'Run im Schiff versuchen? Ja, versuchen wir's mal im Schiff. Gehen wir jetzt mal rein. So. Gehen wir mal ins Schiff rein. Das Ganze oben nämlich auch eine Kiste. Und man kann nämlich durchtauchen. Zwar kann man hier durchtauchen. Genauso wie auch bei dieser Pagode, wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Bei dem aus Eis, bei den Dingen. So. Und man kann hier durchtauchen. So. Und da haben wir auch noch Crafting-Boxen und Öfen. Theoretisch müsste hier... Okay, es war mal hier eine Kohle drin. Na, hör auf mir, Crops dazu zu werfen hier. Das will ich nicht. So. Jetzt muss ich gerade selber noch gucken. Mein eigenes Abbaute ist Jump'n'Run, aber ich weiß selber noch nicht, wo es losgeht. Ja, das ist sehr cool. Wortwörtlich sehr cool. So. Aber hier geht's abwärts. So, das schaffen wir. So. Alles ist zu schaffen. Ja, ja. Alles ist zu packen hier. So. Nicht gerade das einfachste. Aua. Nicht gerade das easy-este, aber doch zu schaffen. Doch, doch. Das funktioniert alles. Das ist alles im grünen Bereich. Nicht, so. Boah. Ich achte nicht auf den Chat, wenn da irgendwie nur noch ein Spieler da ist und ich einfach blöd durch die Gegend rumlaufe. Hört auf mich anzumeckern. Ich will euch die Map zeigen hier. Dazu... Boah. Dazu ist das doch da. Dazu bin ich hier, um euch ein bisschen die Map zu zeigen. Und das kann ich nun mal nur, wenn ich hier ein bisschen spielen kann. So. Äh, wir müssen... Hallo. Ja, wie geht's das? Ah, scheiße. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Darüber, oder was? Hä, wo war das? Hä, bin ich doof? Hä, bin ich doof oder so? Ne, hier war's. So, hier ist die Kiste. Trollolololol. Bogen. Wie wär's mal so mit Pfeilen? So, das ist so Pfeile, oder so? Ich könnte mir eine Goldschaufel machen. Ja. Die mach ich mir. Nicht. Jetzt muss man hier halt hier nur wieder heile runterkommen, aber dazu springe ich ins Wasser. So. Ah, jetzt hab ich doch Crops. Äh, i. So. Dann... Da. Da ist er. Fliegende Tempel. Und theoretisch könnten wir erstmal die Kiste, die man nur von unten bekommen kann, uns ergattern. Das heißt, es gibt hier nämlich eine Kiste, die kann man nur von unten bekommen. Und nicht von oben. Wenn man von oben rankommt will, dann hast du verkackt. Sozusagen. Das wäre jetzt hier dieser Strahl. So. Da gehen wir uns doch... Gehen wir doch einfach mal hier auf den Weg. Und wagen wir uns einfach bis ganz nach oben. So. Ja, ja. Ach ja, schön. Ach doch, sieht schön aus. Sogar durchs Wasser hier. So. Und dann theoretisch müssen wir wieder nach unten und dann da hoch, hoch. Dann kommt man da hier drauf und dann kann man auch da rein. Das sind jetzt diese zwei Wege, die man drauf kann oder halt eben hier über den Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Aber so kann ich euch ein bisschen mehr von der Map zeigen und euch auch ein bisschen was beibringen noch. Zehn Jahre später. Ja, zehn Jahre später. Dann müsste jetzt Star Wars Musik laufen. So. Gut. So. Jetzt müssen wir es packen. Richtig hier. So. 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 Und dann ab geht's. Ah. Miau. Miau. Jetzt habe ich Angst. So. Okay. 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 Jetzt einen anderen Wasserstrahl nehmen. Und dann dem hoch. Naja. So muss man das halt durchmachen. Außer jetzt hat halt jemand einen Bogen. Der kann nicht runterkicken. Aber sonst niemand. So. Aufzug. Yeah. Miau. 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 Ich finde. Ich finde es doch cool. Naja. Der Weg ist halt. Das heißt schneller. Ja. An sich ist es schon ein bisschen schneller. Obwohl. Wohl so viel schneller ist der glaube ich gar nicht. Aber er ist um einiges gefährlicher als der hier eben. Naja. Und da oben sage ich euch. Es lohnt. Es lohnt da hoch zu gehen. Es lohnt richtig. So. Ich habe drei Sachen in Skype. Cool. Hätte ich gleich mal schön wieder. Meine Hände blutig tippen müssen. So. Wir nähern uns. Dumm. Naja. Hoffentlich war da jetzt noch keiner. Wäre ja voll scheiße. Wenn alles leer wäre. So. Und zack. Oh. Was war hier? Cool oder? Ist doch Hammer. Hammer. Ja. So. Und da ist man drin. Geil oder? Geil oder? Find's geil oder? So. Ne. 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 Einfach mal hier unten hin. Gehen. So. Da haben wir hier. den Jump'n'Run hochgehen. Es gibt halt nun keine andere Möglichkeit. Man muss ihn auch erstmal schaffen. Ich habe ihn selbst gebaut. Ich gebe es zu. Ich bin doof. Weil ich meinen eigenen Jump'Run nicht schaffe. bin ich stolz drauf auf mich. Oh fuu. Ist das überhaupt möglich? Doch das ist möglich. Ich weiß es doch. Ich weiß es. Oh Mann. Oh. So. Da hoch. Und dann. Hier. So. Ja. Ne. Und dann. Sollte man es halt schaffen. Ne. Oh. Ne. 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 Okay. Das funktioniert. Fuh. Ich bin voll abverzweifelt. Ja. Ey. Das funktioniert aber. Ich weiß das. Das ist nur richtig mies. Einfach nur. Das ist einfach nur voll mies. Habe ich das gebaut. Ich habe es ja selbst ausgetestet. Also es funktioniert schon. Aber es ist halt einfach ab nochmal mies. Man muss halt richtig übelst scheiße. Also man muss halt. Oh. Das ist eigentlich. Es ist eigentlich schon fast mieser geht das hier. gar nicht mehr. So. Jetzt. Ja. Genau. Gut. Man muss halt wirklich relativ spät springen. So. Und dann sind wir hier oben. Dann sind wir hier bei den blauen Sachen hier. Dann. Äh. Ja. Können wir auch noch hier hoch. Natürlich ganz nach oben. Ach. Scheiße. Doch nicht. Au. Hä. Warte mal. Achso. Ach. Scheiße. Warum. Warum. Warum tue ich mir das an. Warum tue ich mir das an. Wieso. 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 Das ist so abnormal schwer. Ich mache gleich Adventure Map raus. Nix. Nix. Nix hier. Survival Games. Das ist Adventure Map. Oh. Nur nicht nervös werden jetzt hier. Fick dich. Wo ist das. Das ist so. Scheiße. Kacke. Man. Kacke. Es gibt hier außen. Es sind noch mehr Kisten. Wenn ich jetzt nochmal runterfallen sollte. Dann schaue ich in die zuerst. So. Warte. Wo. Da. Hier. Scheiße. Wieder so mieser Scheiß. Ja. So. Und jetzt sind wir hier. Puh. Na. Warte. Ach. Scheiße. Es geht ja noch weiter. Ja. Scheiße. Ne. Schon ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Wenn man so sein eigenes Jump'n'Run baut. Und es nie wirklich. Live spielt. Und dann merkt. Och. Kacke. War ja doch scheiße. Äh. Ich will doch hier hoch. Noch ein bisschen. Oh. Bier. Ja. Bier. Da gehe ich ab. Und ne Hose. Ja. Okay. Zur Rüstung haben wir eigentlich. Ja. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht besser. Es geht besser. So. Ähm. Achso. Wir müssen noch eins runter. So. Und jetzt merke ich doch. Wir müssen doch eins hoch. Aber. Ne. So blöd bin ich dann. Doch nicht. Okay. Und man könnte einen hier. Richtig leicht töten. Ne. Also so wirklich. Richtig richtig leicht. Warte mal. Wir machen einfach mal Slashlist. Akku. 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 Ah okay. Ja. Leben eh noch drei andere. Dann passt das schon. So. Da kommen wir her. Da unten sind die ganzen Pfeile. Äh. Pfeile. Blitze. Pfeile. Wie komme ich da jetzt drauf? meinen zwei epischen schreien und ja ich versuche mit jeder folge euch die map ein bisschen näher zu bringen euch alle kisten euch alle kisten zu zeigen sofern ich das selbst kann und ja das war's dann wir sehen uns dann bei den nächsten survival games folgen natürlich dann auch wieder mit gästen letzten folgen waren ja alle waren ja mit die letzte folge mit gast war mit dener und ja schauen wir mal wer die nächsten gäste sein werden ich weiß schon ein paar gut das war's dann wir sehen uns in den nächsten folgen ein like wäre wirklich sehr heiß von euch würde mich sehr sehr freuen und wir sehen uns dann bei den nächsten survival games folgen ciao leute